Wenn man zum Fastenbrechen vorsichtshalber ein oder zwei Minuten wartet, um sicher zu gehen, ist das verhasst. Das ist ohne Zweifel nicht verhasst. Das ist auf keinen Zweifel verhasst. Im Gegenteil, wenn du dir nicht sicher bist, dass die Zeit wirklich eingetroffen ist, darfst du nicht essen. Du darfst nicht essen, bis du dir 100% sicher bist, dass die Zeit eingetroffen ist.